Musik Musik Swag und so Wähle Wix, schiessst du auf mich? Sag mal, du bist ein Neger, würde ich Ich bin ein Neger Ich bin Polizist Ich bin der schwarze Rick Das war schon schlecht Das war schon schlecht Oh 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 Blöde, blöde, blöde Blöde, blöde, blöde Wenn meine Frau so lange sprintet dann klingt das, als wäre sie ein Sechster Jego, wann kommt jetzt eigentlich die nächste One Punch Man Folge? Gar nicht mehr, sie ist voll fertig Alter, Södi Erinnert immer über One Punch Man Es ist geil Ja, es ist einfach das Einzige, der die Gemeinsam hat Ja Und der grossen Schwanz Auf jeden Fall nicht Nein Hey du Scheiss, f*** da unten Ups Oh, hast du die Dage da unten? Der ist interessant Hier Ja, sorry, wenn es überall Zombies sind Oh, bist du abgehauen? Habe ich dich getroffen? Nein Du HOLD Jetzt wollte ich schon still sein Dabei ist das ja gar nicht Gary's Mod Oh Oh Wollen wir sie so machen? Nein, das ist scheiße Okay, okay Wieso? Das macht doch überhaupt keinen Sinn Du weisst nicht, wer gestorben ist Du weisst nicht, wer gestorben ist Es steht ja zu mitten auf dem Bildschirm Immer wenn jemand steht Jür, kennst du aber auch Leute, die man sehen? Ja, das stimmt Ja, hier zum Beispiel Ja, hier zum Beispiel Der Obi verschiesst mich so Was, die Ego ist gestorben? Hey, äh, sag mal Hey, äh, sag mal Wir treiben wir es dann nicht Alle Zombies laufen da hinten Das heisst, da hinten ist immer Du musst immer noch da oben Was ist Robi? Du hast mich wieder mal Leben abgezogen Ja, du hast mich sehr schnell gehält Ach du Nimm meine Followers weg, du Hund Achtung, da ist eine Frau Ah, wo, wo? Wo? Ich weiss nicht, ich verfolge sie gerade Denkst du mich eh nicht Denkst du mich eh nicht? Sag ich nicht Ich bin dort Ja, dann sag doch, wir sind beide Zombies Ah, du bist Zombie? Ah ja, dann Wir sind in der Stärke Dort wo... Ja, sie hockt immer noch da oben Macht schon das ganze Spiel lang Bis Boah, ich kann mal runterrennen Ja, wie eine Pussy Ich kenn sie Hey, zum Wurmen an Ah sch... Boah Du hast auch Bier zuhause Stimmt Ich Ich Ja, ey Wieso haben sie alle schon frei Ist sie auch schon frei? Ich weiß Nein 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 Kuss jetzt ist ich schon frei Du hast einen Landschaftsgarten Du gestern alle Tage um 4 Uhr oben Ja, gell Ja, gell Ja, Golde, du ja auch Nein Wer hat er 4 Uhr oben? Ihr Ja, du gamest du ja auch schon am 4 Uhr schon vor dem PC Mann, glaubst du? Ich stehe immer bis um 5 Uhr Ah, ja Scheiss Aber Preikarant Ja Preikarant Für euch ist niemals in meinem Keller unten, oder? Vielleicht läufst du auf den Gaitans da umeinander Ich schaff am 7 Uhr bis um 5 Uhr ein Also ich... Oh nein, voll nicht, das ist nicht in meinem Keller Da Vielleicht Anwesenheit... Ich gehöre eben schiessen Oh, wow, wow Oh nein Gehöre der Robi Ja! Seht ihr die Runde so nicht? Ich hab dich gewickt Ich hab dich gewickt Bin einfach so offen Als Zombie hab ich dich umbraucht, du scheiss Camper Danke Du hast mich gerade über das Leben gerettet Camper? Ich? Ich bin kein Easy Prey Du bist ganz... Laut einer Studie hilft Tequila beim Abnehmen Was? Zügelt den Appetit und bremst unseren Blutzuckerspiegel Was? Jetzt saufen wir nur noch Tequila Tequila? Geil Jetzt haben wir einen Grund zum saufen Endlich haben wir mal einen Grund zum saufen Wir wollen vollwerten Kotzen Stört Ja, geil Das ist eigentlich schon armselig Nein Rajesh Ey, komm mal zurück, Sedi Du bist ja... Gang banger Wieso sehe ich eigentlich immer dich? Oh nicht Wir sind immer gleich noch gehampt AHHHHH Wieso? Oh, Alter Wir sind immer noch gehampt Wir sind immer noch gehampt Wir sind immer noch gehampt Sehr nett Ja, voll Oh oh, ich habe ein Problem Nein Wir spielen zusammen Wer ist das? Wir spielen zusammen Okay, okay, ich weiß nicht Du vertraust ihm schon wieder Du vertraust ihm schon wieder Ja Du bist viel zu lieb Ich hätte mir noch nie gemacht Ich bin der, der auf den Schoss hat Ja, dann möchtest du zweimal umlaufen Ich muss zurück Nein Wieso die Wieso die Weil ich da oben nicht gestorben wäre Warte Seht du wie viel Waffe Die ist noch cool Die ist geil Ich habe zwei Follower Twitter Oh, der ist ja unheimlich Folgt mir Folgt mir Gegen wer spielen wir jetzt eigentlich noch genau? Gegen eine Bruma Gegen eine Bruma So gemein Ich komme auch schon dort Ich mache unten Ich mache unten Es sind so Zielfernrohr drauf Oh Legalisa, 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 Asiom Boris Ja, ich habe mal geschaut Du siehst, es sind ein paar Oh mein Gott Oh mein Gott Hei 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist das letzte Mal Das letzte Mal Ich rech dich Ich rech dich Nein 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 Dego Entschuldigung, meine Armee kommt jetzt hinterher Scheiss, Alter Wir sind vertraulich dir Wir sind gar keine Kollegen Du weisst, ich warne dich noch, Robi Aber nein Ja weisst Weisst Das nennt sich Vertransmissbrauch Das gehört man Hehehe Der hat Wind aus dem Bauch Ich bin tot Ja Jawoll Wieso bin ich... Mann, ich bin immer ein leichtes Opfer Hehehe Ich bin auch gar nicht Du bist runtergegangen und gestern Ich war froh gewesen, wieso hast du ein leichtes Opfer Hehehe Das war jetzt wohl Entschuldigung, Roberto, es tut mir leid, es hat mich gelurscht Es ist kein Vertrauensmissbrauch, ich habe dir vertraut Ich habe dich vertrauen missbraucht Es tut mir leid Ich habe dich vertrauen missbraucht Also eben doch Es tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir leid Ich weiss, du willst mir nicht mehr vertrauen Aber das nächste Mal, wenn ich dich sehe, schütze ich dich nicht Wieso bin ich geschossen? Oh Mann Ich bin tot Hehehe 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 Sorry, Kuss Gut Ich verstehe dich nicht Ja, du bist eigentlich der AR15 NEEE, ich will nicht ein leichtes Opfer sein Es ist auch wieder fast AR15 Vollautomatisch? Ja, nein Nein, ich glaube doch, sie ist vollautomatisch Wollte es eigentlich nicht ausprobieren Oh mein Gott, renn, renn, renn! Zombie, renn! Von den Zombies! Ich bin eh... infected. Habe ich das Gefühl. Infectet bist du? Infectet... Muss ich schnell finden, bevor ich mich verwandle. Oh ja, ich verwandle mich, glaube ich. F*** dich! Oh! Noch einmal! Und wo bist du? Schon wieder oben. Du sitzt nur hier... Ich weiss... Nein! Ich verwandle mich eh gerade. Wer ist der Zombie? Also ich bin ja fit für ein Würstchen. Oh nein! Mein Herzschlag wird schneller! Und ich bin hier ganz alleine und ich will nicht allein sterben. Bringt mich um schnell! Ich will dir das Zombie halten! Nego! Nein! Mir wird schlecht! Es ist verschwommen! Ah! Ah! Nego, bist du wo? Weiss nicht! Oh nein! Nein! Ich bin ein Sack! Mit meiner letzter Menschlichkeit würde ich noch auf den Zug nach Mexiko! Wo ist der Eingang? Ich will in Mexiko sterben! 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 Oh! 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 Wolltest du schauen wie ein Zug fährt? Es ist ja zur Zeit! 5 Ab, halb... ...11 Ab! Fuck, hat der Zug verpasst! NEIN verwandle mich! Nini! Verwandel mich! Ich glaube, ich nehme den Heselig in meinem Vorschlag an, mit den ganz vielen Tattoos. Nein, weil der, der Robi vorhin hatte, hat auch nicht so Stimme. Nein, das ist mir. Doch, meins... What? Mega what? Ich habe gesagt, komm rein, es laufen überall Zombies rum und ich meine, es besteht... Sie sind jetzt gar ohne so viel mehr Zombies im Vorhine, du. Das kommt schon an. Doch. Nein, ich sehe auch nicht mehr. Doch? Nein. Okay, dann nicht. Ihr habt erst gerade angefangen zu spielen, ich habe es gar nicht gewusst. Diskutieren Sie damals. Nein, es gibt Schreckzeugen, es sind doch nicht mehr Zombies. Aber weniger Munition. Ja. Also, Munition... Ah, einfach weniger Waffen haben sie. Ja, voll. Das finde ich aber sehr gut im Fall. Wir sind sofort schon verdammt wenig. Nein, gar nicht. Ich filme ein schadisches Zombies. Oh, aber der Sniper hat zwar 24 Geschüsse drin gehabt, aber ja. Ja, aber wir finden wahrscheinlich einfach viel weniger Waffen. Alter, was ist los? Wenn ich mega gut bin. Alles, was ich da gebunden bin. Ich helfe mich bei einem Zombies. Haben wir eine Taschenlampe? Je nach Waffen schon. Ja, je nach Waffen. Aber du kannst auch eine finden. Einfach so. Ah. Du kannst einfach nur eine Taschenlampe in der Hand haben. Das ist scheiße. Das ist Platzverschwendung. Hey, da unten verläuft mich. Kommt das Map drauf an. Nein, habe ich gesagt. Contagion ist schon ein gutes Spiel. Alter, die haben mich zweimal geschlagen. Wenn du früher nicht gemeldet hättest, hätte ich dir doch wirklich noch geholfen. Hey, da kommst du richtig angst über deine Zombies. Du schmuck da. Oh, wow, 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 wow. No scope, no scope, no scope. Hey, ich kann nicht schiessen. WTF? Was ist los mit euch? Brrrrrr. Wo ist der Edinger? Ja, ich bin gerade nicht praktisch. Ich bin im Nachhinein von Zombies abgehauen. Und die Stimme ist ein Dägen. Und die Stimme ist die Stimme ist die Stimme. Und die Stimme ist er. Und die Stimme ist er. Was würdest du sagen? Jetzt klink ich den Gälen. Ich spreche die Stimme. Stimme und die Stimme sind. Und die Stimme ist die Stimme. Hier bin ich. Oh, du stirbst mich so schnell. Alter, wie schnell man stirbt. Krass. Das ist heftig. Ja, du bist. FiesesTO. Ich habe einen Spree. Killing Spree. Oh Scheiss, der Mexikaner. Oh, oh, Killing Spree. Ich werde mich alleine spielen. Sedi, wo bist du? Ich habe einen Killing Streak. Ich habe einen Killing Streak. Nein! Ich bin gerade hier gestanden. Ich bin gerade hier gestanden. Ich bin Homo. Dann konnte ich weggehen gegen andere Probleme. Fuck! Du hast schon keine Ahnung, wie wir das Spiel bringen. Du machst Scheissgamer. Was wollte ich sagen? Ich weiss nicht mehr. Essen. Pizza? Pizza. Ich wollte sagen, Robi seine Waffe ist cool. Das ist alles. Das ist alles. Okay. Ich bin jetzt Camper. Du bist immer Camper. Also du wüsst alle, wo der Sedi ist. Ja, oben. Ja. Ah, da ist er! Ah, da ist er nicht so. Ah! Ah! Nein, ich bin da runter. Nein! Sorry, Robi. Ich habe gemeint, du bist ein Sedi. Ich eben auch. Oh je, f*** dich! Hä, wieso? Weil du genau gleich ausgesehen hast. Aha. Aha, nein, das ist ja voll scheiße. Du bist eine Frau. Nein, ich bin infiziert. Killet den Sedi. Gehen wir zu mir. Ich weiss aber wo du bist. Der Zug nach Mexiko fährt nicht. Mann, Kossi. Aber ich will! Ich will auf Mexiko! Aber es war schon viertelabend. Bitte lass mich auf Mexiko. Bring mich nicht um. Ich will nur auf Mexiko. Okay. Aber der schnellste Weg auf Mexiko. Kossi. Ist doch mehr. Ah! Oh Mann. Ah, das war Roberto. Ich wäre auch hinten dran gewesen. Couper tu! Couper tu! Hopper tu! Du hast dich immer umgedreht, da bin ich wieder langsam gelaufen. Nachher kannst du dich in die Fülle getreten und ich bin wieder losgesicht. Ich kann das gar nicht checken. Du bist voll schlauer oder Zombie! Da hast du mich hasst gemerkt. Du hast wirklich was lang auf mich geschachten und ich bin ganz natürlich g Č. Wer hat doch gerade die Töne zugemacht? Ich nicht. Aber wir gehen beide Seiten zu. Keine Ahnung. Oha! Das ist ja wie. Jo, sorry. Außer... Ah, du rätst mich nicht. Ah! Ich habe ihn umgebracht. Was liegt denn für Waffen? Oh mein Gott. Und da, wenn du einen Eier hast. Eins gegen eins ohne Waffe, du Pisser. Oh! Oh! Oh, muss ich dich wehren? Muss ich dich wehren? Oh, oh, Deja Vu! Deja Vu! Du hast mich aber nicht gehebt. Deja Vu? Alter, ich muss es kalieren. Genau, du Camper. Bist du da wieder oben? Ja, wahrscheinlich. Du kannst schon wieder Camper sehen. Aber ich glaube, ich bin da oben, wo der Serie Amix ist. Amix? Immer. Witz. Ich steck fast. Hallo, Diego. Hallo Leute, oder? Was? Ich bin auch da. Verpiss dich. Ich hasse dich. Oh, weil du mich jetzt wieder mal umgebracht hast. Und ich denke ich jetzt auch mal. Entschuldigung. Oh, du hast mich gar nicht umgebracht. Es war ein anderer Zombie. Und? Ahhhh. Ich habe den Ausschlag ämnet. Und ich habe gesehen, dass du getötet worden bist. Nein. Robi, wo bist du denn? Weil ich das Ganze arrochiert habe. Arrochiert? Ich bin gar nicht. Er ist gar nicht mehr da oben. Er ist nicht mehr da oben. Haben wir einen Eiffen? Oder? Fäul. Fäul, Fäul, Fäul. Oh, ich habe gesehen. Eine wilde Serie. Ja. Ich bin hinter dir. Easy. Nein. Das bin gar nicht ich. Das bin ich. Und das bin ich. Und das bin ich. Moment, du Kack. Merkt ihr etwas? Ich bin noch nie ein Camper gewesen. Oh, meine Scheisse. Weil ich Cam nicht so wie dir. Ich habe nicht ganz, dass das Spiel als Camper anschaut. Bleibt ihr je... Aber am wenigsten läuft. Ich laufe durchgehend. Ich bleibe nicht hier im Spiel. Ja, ich habe ich auch. Ist das gut wie? Nein, ich gehe in vollkommen vorsichtiger Form. Ich nicht. Ich dachte, ich gehe aufs vorsichtiger Vorgehen. Ja, weisst du bist da noch oben. Du hast sogar am Anfang einen Erfolg mit. Wenn du einfach einmal gegenkommst, du einfach voll durchläufst, nie links und rechts schaust. Und trotzdem kill ich dich. Aber nachher stirbst du dann eh immer. Weil du so ansprichst. Ich habe ja gar nichts, Mann. Was? Ah, Schut. Erledigt, Mann. Erledigt. Welche hast du gehabt? Ja, nimm sie nicht, die Schrott. Ich nehme sie. Ich kann schon schreien. Fuck. Wack. 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 Oh, oh. Ich glaube, das ist es sogar. Nein, es ist einer. Da noch. Nein, f*** dich. Nein. 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 Jäger. Ab jetzt, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr abziehen. Bist du wirklich wie du aussehen? Immer gleich raus. Du killst mich? Ja. Du killst mich und ich kill dich. Mein Gott. Oh ja. Ich bin ex... Ich bin ex... Ich bin ex... Ich bin ex hier runtergelaufen, weil ich dachte, du bist sicher oben noch. Nein, genau dort unten bist du. Du musst dich nicht abschissen. Kannst du mir vertrauen? Ja. Ich habe den Robi umgebracht. Dann bist du auch einen abgeschossen. Willst du mich einfach verarmen? Sorry, sorry. Ja. Es ist schon dort. Ich bin noch nicht mal... Ich habe mich einfach angeschossen. Sau. Oha. Ey, ich bin mit ihm kusset zusammen. Ich verschiess dich jetzt aus. Gell? Verschiessen. Wo ist er? Verschiessen dich aus. Wo ist er? Ich check nicht, wo er ist. Robi, bist du das? Ja. Wieso? Du schiessest auf mich? Ja. Er ist oben. Er ist oben. Er ist oben. Ich bin gerade beim Treppenhaus. Beim Treppenhaus? Ich bin angeschossen. Ich weiss nicht, wo das Treppenhaus ist. Hat er dich getroffen? Ja. Ach, aber ich weiss, wo das Treppenhaus ist. Ey, ich will auch Spass haben. Er ist oben, wo du es hättest. Nein! Ich habe ihn gekillt. Easy peasy. Ich habe ihn gekillt. Keine Befotterin gesehen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh Mann, ich weiss gerade von oben kommen. Ich sehe dich raus. Ich bin oben. Ich sehe dich. Was? Aber wo? Ah, hallo. Also Sedi, wo bist du? Der Sedi weiss, wo wir sind. Wir sind gegen Zombies. Jawohl. Der Sedi weiss aber, wo wir sind. Komm mal mit 15 Follower. Fuck off. Müssen wir da weg. Diego. Ja, ich lauke auch nicht voraus. Ich weiß nicht, dass ich immer das Pech sein in euch hineinlaufe. Wo bist du? Komm. Kennst du mich von hinten? Du hast egal. Ja, natürlich. Versuche dich jetzt mal zu vertrauen. Ja. Ich beschütze dich. Bleib da innen. Ich sage, ob der Robi kommt. Und dann haue ich ab. Und er sagt, da innen ist er! Ich höre ihn. Ich höre seine Arbeit. Der Robi und ich haben eine mega geile Schlacht gehabt. Wer ist am Reden? Sedi aufreden. What the shit, Vicky. Komm. Lauf. Lauf da hin. Sedi ist schon oben. Okay. Mal schauen, wie lange wir bleiben. Ah, du bist ein Arschloch. Oh mein Gott. So ein Wichser. Marrester ist hart abgesämpelt. Ja, ich vertraue mich gar nicht mehr. Ja, ich weiss. Ich bin selbst schuld. Ich bin selbst schuld. Tut mir leid, Leute. Weisst du? Wir vertrauen ihm jedes Mal. Gleich verrotet er uns immer. Tut mir leid. Safety. Aber jetzt mache ich es nicht mehr. Ja, scheins. Verschiessender Typ. Die ist schon lange für selbst. Die ist schon fertig. Ja. Sonst würde es ja nicht Sinn machen, wenn sie es wieder herstellen. Du wirst jetzt einfach für selbst fertig. Bitte, bitte. Bitte. Du kannst nur meinen Tod entschuldigen. Verzeih. Ja, und danach wäre wieder gut. Ja, nein. Ich bin heute ganz oben. Jetzt ist verrund. Ich muss sterben. Ah, ich helfe dir. Ich habe nicht gewusst, dass du bist. Ja, Kofs bist du. Ich habe das Gefühl, du hackst. Nein. Ich werde mich jetzt eh wieder sehen. Ja, das ist sicher so der Oberhacker. Er sagt sich einfach gut. Ja, nein. Mein Gott, ich bin schon gestorben. Ah, shit. Ich war gerade bei dir. Mit elf Zombies. Okay. Zombie. Weißt du? Ich entschuldige mich aufricht wegen Vorher. Aufrichtung wegen Vorher. Okay. Es tut mir leid. Und Roberto. Ebenfalls. Entschuldigung. Es hat mich gereizt. Ich habe schon lange keine Leute mehr verstanden. An dem Spiel. Egal. Ich würde dazu nicht vertrauen. Es tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Vertrauen. Me? Es tut mir leid. Ich habe dich gerade gesehen. Du bist durchgegangen. Ich bin mir am Weg. Ich nehme mir runter, ob ich leichter bin. Wenn ich dort bin. Du bist so fett. Schau mal. 0 0 0 0 0. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein. Schau, du bist von Google Chrome. Das kann nicht stimmen. Nein. Oh, komm mit. Oh, du hörst das? Ja. Ich frage mich, wer das ist. Ist das ein Hediger oder ein Setti? Ah, das ist ein Hediger. Oh, ja. Der Hediger. Hediger hat ein verdammtes Problem. Hediger hat ein verdammtes Problem. Hediger hat ein verdammtes Problem. Ich komme von oben. Yeah. Hey, Robin. Dein Charakter ist so scharf. Ja? Dein Charakter ist so scharf. Hallo, ich bin auch scharf. Nein. Dein Charakter ist so scharf. Dein Charakter ist so scharf. Ich weiss gar nicht, was das Setti ist. Setti, was bist du? Ich bin die Mörder. Kussi. Du bist immer der erste, den ich finde. Bitte. Gehen wir aus dem Weg. Gehen wir aus dem Weg, bitte. Ich kill dich nicht. Was ich wollte sagen. Du hast mega viele neue Waffen. Voll gut. Ich finde, ich habe viele neue Waffen gefunden. Nein. Fuck. Ja, John. Adios. Was für den? Hediger hat er gegeben. Ja. Uff. Schulz. Danke schön. Bitte schön. Oh, ich habe jemanden gehört schreien. Weg, 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 weg. Ah, voll geil. Ich habe einen Bogen gefunden. Ja, voll. Aber Armbrust gibt es irgendwie nicht mehr. Oder nicht auf der MED? Doch, doch. Habe ich auch schon gefunden. Auf der MED? Ja. Ja. Wo? Ich habe das Gefühl, der Robi verfolgt mich oder sie. Nein, nein. Nein, nein. Ah, nicht. Oh, ich habe etwas Schönes gefunden. Okay. Ich brauche jemanden. Ich will mir helfen, die Waffe auszuprobieren. Wieso kann ich eine Armbrust aufziehen? Oder ein Bogen kuss? Du bist ein Löcher. Gesundheit. Hör auf, die Ego. Nein. Ich will meine Waffe auszuprobieren. Ich will meine Waffe auszuprobieren. Was ist das für eine? Ich sage zuerst, was das für eine ist. Hier, die hier. Hoffentlich stirbst. Was ist das für eine? Hör auf. Hör auf. Eine Granate? Ja. Fuck. Und jetzt können wir natürlich alle Zombies aufziehen. Oh, du bist so überlebt. Ich bin nicht gestorben. Was? Was? Du verschiessst mich nicht, du Wichser. Jo, sorry. Schon wieder hast du mich betrogen. Ich habe Angst. Du hast sogar versprochen. Ich habe Angst. Du bist eine dreckige Säule. Nein, ist okay. Du weißt mich fast dort. Ich höre mich wundern, wieso nicht gestorben ist. Kuss, ich bin am Camper. Komm, Kimi. Ich bin mir am Camper. Wo bist du? Am Camper, am Obermord. Wo bist du am Camper? Kuss, ich lebe dir noch. Da hat ein Zombie auf die Schnur gelegt. Komm, Kussi. Komm schnell. Also ich habe eine Granate oder etwas. Nein! Ich stehe bei mir. Alter Scheisse. Ich habe langsam Probleme da unten. Alter, ich stehe bei mir. Ich komme mir helfen. Also meine Zombie-Kollegen. Hey Zombies, kommen wir zu mehr Meter-Partys vom Kussi. Kussi haben sie alle eingeladen da unten. Zweimal gerufen. Was? Da unten? Alter, hör. Ich bin gleich gestorben. Geh mal auf Camper. Ja, ich bin gar nichts. Ich bin easy-play. Ja, hallo, ein Headshot. Sitze einfach. Ich habe ein Essential snowESTes. G exaggeration. Untertitelung. Vielen Dank.